Na, keine Ahnung. Mal schauen, was dieses Schloss bereitet. Das wäre zumindest das Gebiet, was ich noch besuchen könnte. Vielleicht wird dadurch dann noch ein neues Gebiet freigeschleißen, wenn ich das hier schaffe. Okay. Äh, Bogenschießen im Moment. Ganz klar, wenn ich hier mit eine härtere... Scheiße. Okay, kann ich noch mal raus aus diesem Level? Nein, kann ich nicht. Okay, da muss ich mich mal kurz umbringen. Ich hab nämlich wieder was vergessen. Moment, ich mach's mal ganz einfach. Ich werd's mal folgendermaßen machen. Ich werd, wie gesagt, ein Elixier kurz dafür aufbraten. Und dann... Okay, damit krieg ich mehr Schaden. Dann werd ich, wie gesagt, zweimal dieses, äh... Rote Getränk nehmen. Gänse, oder wie das nochmal hieß. So. Und noch einmal treffen, bitte. Damit ich mir das, wie gesagt, holen kann. Okay. Äh, Welt auswählen. Also ich das wieder vergessen habe, ärgert mich ein bisschen. Aber gut, ich kann ja nochmal direkt dahin fliegen. Ich muss nur gerade nochmal gucken, wo das nochmal war, diese Stadt. Da drüben. Und landen. Okay. Jetzt nur noch das Häuschen aufsuchen. Aber ich finde ja schon ziemlich praktisch, dass das ziemlich gut vorangeht. Wenn ich jetzt sogar das stärkste Wappen habe, oder das stärkste Feuer, dann ist das sogar richtig genial. Wenn das sogar auch dementsprechend gut wirkt gegen die Gegner, dann umso besser. Dann hab ich dementsprechend keine Angst mehr gegen sämtliche Bosse, die mich hier noch erwarten sollten. So, jetzt einmal landen. Und einmal anklopfen. Na, Mensch, landen habe ich gesagt. So. Und rein mit dir. Okay, von dir will ich ein paar Tränke kaufen. Ja, beim schwarzen Lotus, wir haben Tränke. Ich will zweimal ein Ginseng. Ja, möchte ich. Und wie ich sehe, wäre eigentlich noch Platz für zwei weitere Flaschen. Ich frage mich nur, wo ich die finden soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. und, äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die ganzen Level noch durchsuchen soll. Halt falschrum. Ähm, nach den ganzen Sachen, die mir jetzt noch fehlen, also zwei Blätter und zwei Fläschchen und halt drei Talismane und ein Wappen halt. Oder eine Fähigkeit, eher gesagt. Ah, naja. Vielleicht wird sich das noch irgendwie auffinden, ich weiß es nicht. Möglicherweise finde ich einem Schloss, äh, noch ein paar Sachen oder so. wäre ja möglich. Und mal gucken, ob da noch ein Level kommt. Vor allem, wo ich da noch hinfliegen soll. Na, werden wir ja sehen. Okay. Auf zum Schloss. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Erstmal. Okay. Werde ich mal gucken, was mich in diesem Schloss hier erwartet. Auf geht's. Moment, ich will mich da mal mit den stärksten Feuer mal ausrüsten. Mal gucken, wie stark das wirklich ist. brauche ich nur ein paar Gegner, an denen ich das ausprobieren kann. Wenn sie mal... Ah. Okay. Äh. Scheiße. Okay. Was ist das für Scheißfiecher? Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich stärker ist. Äh. Äh. Scheiße. Okay. Scheißfiecher. Ihr seid doch heftig. Äh. Okay. Vorsicht, nur vor diesem Bogen. Die ziehen mir aber auch saufviele ab. Okay. Scheiß drauf. Ich verschwinde einfach. Okay. Warum mache ich mir das so schwer? Ich gehe einfach mal weiter. Die sind mir dann doch zu... Lästig. Moment. Ähm. Den habe ich doch schon mal bekämpft. Fragezeichen? Warum muss ich den hier schon wieder bekämpfen? Ist der jetzt stärker geworden oder wie? Ach du Scheiße. Dabei weiß ich doch gar nicht mehr, wie der auch richtig funktioniert. Also was der drauf hat. Ah. Okay. Das war's. Äh. Ich hoffe, das war alles. Oh. Okay. Und das noch. Okay. Wirklich schwer ist er Gott sei Dank nicht. So. Friss. Äh. Meine stärkste Angriffs... Dings. Äh. Angriffsfeuer. Okay. Wenn ich jetzt wenigstens mal wüsste... Oh. Das war... Hm. Ich müsste höher fliegen können, aber... Da habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust drauf, das irgendwie mit den Luftgargäudes zu verbinden. Und dann halt da ganz weit oben zu sein, nur weil der oben so feige rumflattert. Ist mir dann doch etwas zu lästig. Ach man. Okay. Okay. So. Also dieser Bosch-Schein auf jeden Fall wesentlich mehr auszuhalten, als er Anfangs ausgehalten hat im ersten Level. Okay. Und... In dem Fall muss ich... Okay. Der hat aber sehr kurz Farbe angenommen. Aber ich muss... Ich muss ihn trotzdem auf jeden Fall in dem Fall schon gebührend... Ähm... Okay, Energie. Ich muss ihn dementsprechend auf jeden Fall schon mal... Also muss ich schon mal den Hut vor ihm ziehen, weil... Der hat auf jeden Fall mehr ausgehalten, als er anfangs ausgehalten hat. Zumindest kommt mir das so vor. Okay, hier brauche ich den Luftgargäude. Definitiv. Das sei denn, ich will von Wand zu Wand springen und gar nicht wirklich vorankommen. Scheiße. Gott sei Dank sind die Gassen nicht so stark, aber... Jetzt muss ich erst mal hier hoch. Platz an. Heile! Oh! Scheiße! Scheiße! Bloß weg hier! Moment, welchen Trank habe ich überhaupt gerade ausgerüstet? Ich sehe gerade, dass ich einen ausgerüstet habe, aber... Na gut, der kann ausgerüstet bleiben, da wird er nicht verschwendet, wenn ich sterbe. Den muss ich ja... Ähm... Okay, wozu ist diese Glocke? Ist das hier nur Deko, oder kann ich da irgendwie... Wartet mal. Na, komm! Okay, passiert jetzt irgendwas? Wo ich diese Glocke jetzt läute? Okay! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet! Das ist mal geil! Okay, aber ich wenigstens mehr Energie erhalten. So, jetzt will ich wieder das stärkste Feuer ausrüsten. Das ist cool! Kriege ich sogar Energie in solchen Glocken? Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich rüberfliegen. Okay, ich habe sogar Gegenwind. Ach du... Moment, ich brauche den Luftgargoy. Scheiße! Anders komme ich hier ja nicht weiter. Okay! Das... Moment, äh... Ich fliege hier einfach... Mal weiter. Ist mir dann doch hier zu gefährlich. Wobei, ich will gucken, was ich hier noch so aufwende. Ein bisschen Geld. Falls ich das noch brauchen sollte. Ei! Scheiße! Okay, das ist fies jetzt. Jetzt bin ich hier sozusagen gefangen. Also, hier lebend rauskommen, ist gerade echt die Hölle. Oh, dass diese Skelettvögel aber auch noch auf mich scheißen müssen, das finde ich nicht freundlich. Das ist doch richtig fies. Weg, 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 weg. Verschwindet! Ich habe euch nichts getan. Okay. Okay, ähm... Das hier will ich ja dann doch etwas was das sind. Ein Fangzahn? Okay, was soll ich mit einem Fangzahn? Ich habe keine Ahnung. Gibt es denn? Noch einen Geheimweg? Schade. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre ein Boden, wo ich drauflanden könnte, aber von wegen Scheiße. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Habe ich hier doch noch einen Geheimweg finden können? Hat er eigentlich was? Na gut, hier geht es weiter. Bloß weg hier. Bloß weg. Na, hier ist die nächste Glocke. Finde ich hier vielleicht nochmal Energie? Wäre ja was. Na, Mensch! So. Jetzt will ich aber einmal gucken, wie das da rauskommt. Lass mal warten, bis es ausgeläutet hat. Na, hier finde ich nur Energie. Schade. Aber gut. Jetzt bin ich auch etwas und hier werde ich jetzt einfach mal schnell runterfallen. Ich glaube, hierfür werde ich die Energie auch brauchen. So viel, wie ich jetzt gerade an Schaden genommen habe. Na gut. Aber was ist das denn? Na! Moment, ich habe das falsche. Stärkere Feuer ausrüsten. So. Okay, hier kommt nochmal so ein Vieh raus. Durch so einen blutenden Sarg. Das ist aber ein bisschen merkwürdig, dieser Sarg. Wenn die hier sogar blutend rauskommen. Aber okay. Ich glaube, das muss man nicht verstehen, warum die da blutend rauskommen und jetzt kein Blut mehr haben. Ach, keine Ahnung. Oh nein, hier brauche ich die Klau oder den Fluggargäu. Oder ich mache den erstmal kaputt. Oder benutze ich einfach mal den Luftgargäu. Okay. So. Es könnte sein, dass hier oben vielleicht auch noch was ist. Gucken kann man ja mal. Ich meine, wenn man hier die Gelegenheit hat und dementsprechend keine anderen Probleme und so, dann sollte man das wirklich ausnutzen. Na ja, schade. Hier ist nichts. Okay. Oh nein, nein, nein. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Scheiße. Damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. Und ich habe hier nichts, woran ich mich dran klettern kann. Klettern kann, meine ich. Oh, hoffentlich reicht das Feuer aus. Scheiße. Okay, komm her. Spring. So, und. So, wenigstens bleibst du kurz dann stehen. Wenn ich dich einmal treffe. Wenn ich jetzt wüsste, wie stark das jetzt wirklich ist. Egal, ich vertraue einfach mal darauf, dass das Spiel mir die Wahrheit sagt. Das nimmt, glaube ich, schon Farbe an, oder? Die zumindest stark danach aus. So, schnell weg hier. Ja, es sieht ein bisschen anders, Farbe ich aus. Ui. Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will mein Kind eigentlich nicht... Oh, Gott sei Dank. Verschwenden. Wow. Energie. Na, Gott sei Dank. Alles klar. Wie, sehr. Vielen Dank.